Wo muss man sich nochmal runter holen? Hier? Ja So, die Hashtan, wie viel bräuchte ich denn dafür? Eine hab ich, eins, zwei, drei Ich muss das in der Mitte dann nochmal weg machen, fuck Das ist da Oh, ein Ender-Schwert, die Ender? Hm Sinds ganz kalt und droppst Ender-Purls, okay Das ist natürlich nice, on the page Also, 1, 2, 3, 4 5, 6 2, ich bin blöd grad Travelling Staff, jawoll 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Das Eisen nehm ich mit 8 Thermalillies Magic Club nehm ich mit Hier nehm ich nix raus Das nehm ich raus Jetzt die mal um Und zwar hier nicht Und hier nehm ich das Kopf heraus So Okay, was kann hier weg? Cobblestone kann weg, Erde kann weg Ganz schön, ja Cobblestone kann weg Kann man auch Lava auf eine Fläche pumpen? Nee, kannst du nicht Weil Lava ist ja keine unendliche Quelle Und deswegen die Thermalillies Die klauen die Lava dann dadurch Naja, aber das geht nicht Kannst du jetzt mit nem Turtle dir so ner Trecker ablaufen lassen Was hier mal platziert ne? Ja Das geht 8 Feuerbogen 3 3 6 9 5 14 7 8 Ne Gibt's ja 3 stöcke 3 6 1 1 9 9 9 9 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 meteor kann sein ja ich weiß das nicht 18 brauche ich davon davon jeweils 3 ok ist eigentlich machbar schon wieder viel zu viel scheiße gerade so was haben wir drei kohle blöcke einen haben wir noch echt nur ein pilz normale pilze auch drei aber ich habe auch irgendwo bei dir reingeschmissen ich glaube alles ja ich weiß ich habe doch gesagt ich habe nur ein erstmal das haben wir das haben wir bin glücklich dass wir alles haben jetzt muss ich die dinger nur kopien damit die länglinie und wts sicher sind 1 2 3 1 2 3 ich hoffe mal das geht wenn du massenware auf das kettual die machst dass das auch alles dafür verbraucht wird wofür das da ist ja ruhig mal probier ich nämlich einfach mal das ist die erste runde daher stein muss dann auch stimmt ja 1 2 3 weil du kannst das ding so zu klatschen immer erstmal in den anderen kisten gucken ob ich da noch zwei pilze finden wir müssen wir müssten uns mal eine kleine pilzform irgendwie machen wir haben dann schon einen komischen wald und ich habe schon wieder ein meteor gefunden ich kriege einen steifen das ist egal ob das die braun pilze sind oder die roten ok da muss eine pilzform geht aber auch schnell dann glaube ich sogar ein harvester machen ach da lenni hat noch zwei stück danke lenni bin ja mal gespannt ob das wirklich so funktioniert es sei dass der darauf schwebt nein da passt nichts mehr rauf fuck ein pilz hat nur noch aufgepasst ok jetzt brauche ich noch so einen mana spieler muss ich mal wieder einen abbauen ich nehme den da hinten komm noch einmal bitte ich habe keinen bock immer so viel abzubauen obwohl ich einen hammer habe dann kommen wir mal drei stück raus was brauche ich denn da nochmal ach ja drei netherwarzen drei gunpowder und drei ja schon wieder dunkel gut dass ich mir eine netherwarzenfarm gemacht habe leg mich hin super naja wohl da ist die nächste kiste zwei dinger schon doppelt so darf das sein das habe ich auch gerade hergestellt dann habe ich davon auch noch drei stück und das andere war überlegen überlegen gunpowder gunpowder da eins zwei drei was schmeiß ich mal weg hier die aloe da hin so erstmal gehen hier einmal nehmen dann ausrichten ich hoffe nicht dass ich so viel schwimmen muss ich habe keine boote mehr das geht nicht voll fuck jetzt habe ich die kohleblock hingesetzt immer wieder alles nach und nach machen naja nicht so schlimm okay das das was was waren das noch ah ja stein da so jetzt habe ich mich andersrum gepottet einen davon warum hat er gerade noch einen kohleblock gesetzt der wichser würde mich verarschen das weiß ich nicht fuck ihn doch wenn er so ein wichser ist oh ja oh steinwand 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 drum herumfliegen ich bin noch 3.000 blöcke entfernt nur noch 1 2 3 das okay dann füll mal voll ach ja oh ich muss living work wieder machen unbedingt wird doch nicht schwierig sein für dich ja ist doch nicht schwierig für dich ist es auch nicht besonders weil ich so viel kubbelstern habe ja wir haben genug kubbelstern noch so oben wenn du wüsstest ich habe fast eine doppelkiste voll okay sag ja wenn du wüsstest es war doch genug farm da ist die blöcke soll ich launse ihn in die bottlinge anzuschalten außer ich komme hier nicht so raus gerade so passt das fuck hab ich dem locker oben rauf gesetzt egal ach scheiß ich brauche ja kein kabel sondern ich brauche ja stein nicht blöd ich habe viel zu viel gerade schon gesetzt hier sind fette pilze du bist auch so fetter pilz bei mir schon wieder eine aura note die alle nicht mehr leben werden bald vielleicht bin ich denn noch entfernt ich habe mich ich habe einen großen bogen gezogen okay ja aber soweit oh ne da ist ja erst der meteor okay dann ist das nicht mehr weit das geht noch ähm ah mal bitte brennen und einmal brennen okay the living walk okay jetzt wieder ausschalten zack da hinten passt das ja hier ist wieder ein spinnenbaum oder wat bam dann dein kohleblock kohleb Hamm w w w w w w w w